Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Bernd Ladermann. Ich komme aus der schönen Thüringen, aus Erfurt und möchte dann praktisch ein Feedback geben über die Nutzung des 9010 MeetBets am 11.01.2022. Ich möchte vielleicht das etwas anders gestalten, weil ich von vornherein da meine, dass ich vielleicht das gar nicht so spüre, wie vielleicht die einen oder anderen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vorher eine Messung mache, das MeetBet für eine gewisse Zeit teste und danach wieder eine Messung, um einfach für mich festzustellen, ob sich in meinem Körper irgendwas verändert hat. Und dazu nutze ich ein Messverfahren, was über die Herzratenverbalität erfolgt. Vielleicht hier kurz nochmal einige Barometer vielleicht dazu. Es wird praktisch gemessen, die Indikaturen für die vegetative Regeneration und praktisch die Funktionszustände des Nervensystems. Es wird der psychoemotionale Zustand gemessen, das Immunsystem des Körpers wird gemessen, das biologische Alter, die Funktionszustände der Verdauungsorgane, der Organsysteme generell, die Funktionszustände der Wirbelsäule, die Aura wird gemessen, die Chakren werden dargestellt und natürlich auch die Meritiane. Und hier habe ich das so gemacht, ich habe das gegen 20.40 Uhr abends begonnen, die Messung vorher mit 5 Minuten und dann 20.40 bis 21.40 Uhr eine Stunde das MeetBet aktiviert und danach praktisch wieder 5 Minuten gemessen. Und das Ergebnis würde ich Ihnen mal kurz hier darstellen. Dazu mache ich mal schnell die Bildaufzeichnung. Und hier sieht man an sich sehr deutlich diese Möglichkeit. Hier sehen Sie vor der Messung und das andere ist hier rechts daneben, nach der Messung, nach der Nutzung des 9010 MeetBets. Hier hat man die vegetative Regulation. Sie sehen, das ist auf jeden Fall doch etwas besser geworden in dieser kurzen Zeit von einer Stunde. So, hier sehen wir den psychoemotionalen Zustand. Hier sieht man keine wesentliche Verbesserung. Auch keine wesentliche Verbesserung. Das Immunsystem vom Körper selbst insgesamt ist ungefähr gleich geblieben. Auch das biologische Alter hat sich nicht wesentlich verbessert. Sie sehen hier dieses aktuelle Alter von 70. Das biologische Alter ist auch vor der Messung schon recht gut gewesen von 48. Und nach der Messung ist das ein Jahr verjüngt, also praktisch 47. Hier hat sich unten noch etwas verbessert, aber nicht wesentlich. Auch die Chakren haben sich nicht wesentlich verändert, aber dafür praktisch die anderen Organe, wie zum Beispiel die Verdauungsorgane. Hier sieht man ganz deutlich auf der linken Seite die dunkleren Stellen farblich markiert und hier auf der rechten Seite doch hellere Farben, also gelb. Und hier hat man das in Prozenten, kann man das nochmal ausdrücken, wie sich das verändert hat. Und zwar hat sich der Magen von 13 auf 61 Prozent steigern können. Die Leber hat sich von 22 auf 59 Prozent. Die Milz von 10 auf 65 Prozent. Die Gallenblase von 13 auf 56 Prozent. Pankreas von 10 auf 65 Prozent. Dünndarm von 14 auf 44 Prozent gesteigert. Und das ist schon eine beachtliche Leistung innerhalb von einer Stunde. So, auch die Organsysteme haben sich da verändert. Sie sehen das hier nochmal auf der einen Seite links und hier rechts. Und hier nochmal ganz kurz. Herz von 11 auf 33 Prozent. Die Blutgefäße von 10 auf 65 Prozent. Nymphknoten von 10 auf 65 Prozent. Die Nieren von 13 auf 55 Prozent. Blase von 26 auf 57 Prozent. Lunge von 28 auf 48 Prozent. Und selbst das Gehirn von nur 9 Prozent auf 50 Prozent gesteigert. Und die Schilddrüse, Luftröhre und Furzvonanzerorgane waren von 10 auf 65 Prozent gesteigert. Hier sehen Sie mir nochmal ganz deutlich die Wirbelsäule auf der linken Seite. Vor der Nutzung des Medbälls und danach nach einer Stunde. Sie sehen es hier ganz deutlich, dass sich das doch wesentlich verändert hat. Insbesondere auch im Rücken, im großen Bereich hier sichtbar. So, hier haben wir nochmal die Energiemeridiane. Das ist auch sehr deutlich zu stehen. Man sieht hier den Kreis, wie doch relativ kleiner ist. Diese doch recht dunklen Farbnuancen sind von 13 auf 61 Prozent gestiegen. Von 17 auf 57 Prozent und man sieht es hier auch ganz deutlich. Und hier die Parameter auch sehr schön dargestellt. So, und das, wie gesagt, alles nur in einer Stunde. Ich habe nach der Messung mich dann wieder in das Medbett aktiviert. Und habe natürlich aber, wie ich vorher zu Anfang sagte, nicht unbedingt direkt was gespürt. Ich hatte auch keine besonderen Probleme körperlicher Art, dass ich die angesprochen habe. Aber ich konnte eins feststellen, ich habe sehr gut geschlafen. Und das war an und für sich das Wesentliche. Und ja, insofern möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken für die Nutzung des Medbettes. Und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit. Und dann nochmal vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank.